Gornholmer Straße Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25 und 26 Ausstieg rechts 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Prenzlauer Allee Ausstieg links Exit to the left Prenzlauer Allee 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 Okay. Greifswalder Straße Steg links Exit to the left Dany I'm going to walk Did you hear my message? Did you hear my message? I'm going to walk, I'm going to have a coffee I had to come with the key I'm going to have a tetrofax 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 I don't know I'm going to go Aber ich bin hier in der Flüge, aber auch ich bin in dieser Partei, um ein Taxi zu kommen. Weil Steffi, Steffi, wohin, und sie hat mir auch nicht geöffnet. Ich glaube, sie hat auch die Telefonnummer geöffnet. Lanzberger Alley Exit to the left Exit to the right Exit to the left Exit to the left Exit to the right Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Exit to the left Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Treptower Park Diese Zufahrt endet dort. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41 und 9 Ausstieg links Exit to the left Die Zufahrt endet dort. 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 Untertitelung des ZDF, 2020